Vielen Dank für die Aufmerksamkeit von Auckland, Ruhietun und Seatles. Die wichtigste Tatschereich hat Herr Marcel Kuller, der Modell Fanny, der Niederlähli für die Wesenheit der Ehrläufe. Ich komme mit Ihnen und ich komme mit Herrn Mohamed, ich bin natürlich mit Drifna und ich bin mir heute Kapitän Amir Abdelhamid für die Ähle für den Mundial. Ja, gut. Es ist natürlich schwierig, wenn man vor zwei Tagen gespielt hat. Und dann ist eigentlich bei den meisten, oder die, die gespielt haben, ist Regeneration angesagt. Da schaut man, dass man wieder bereit ist dann für morgen das Spiel. Also ist das mehr eigentlich theoretisch, was man macht mit Besprechungen. Das haben wir gemacht und klar, wir hoffen, dass wir gut vorbereitet sind. Es wird sicher ein anderes Spiel geben als gegen Auckland, das stimmt. Aber ich denke, wir werden gut vorbereitet sein, um auch morgen ein gutes Spiel zeigen zu können. Ich bin sicher, dass es hier eine Schwierigkeit für die Mauer, weil es euch von der ganzen Tag haben schon. Es war immer noch viel Zeit für die Verunsicherung, für die Verhandlungen und die Kraft. Wir werden auch vollkommen machen. Wir werden euch machen, und deswegen bin ich mit der Fahrzeuge einher. Das ist natürlich so, dass der eine oder andere Südamerikaner da mit dabei sind und wir wissen, dass es hervorragende Techniken sind. Das heißt, wir werden das Team vorbereiten, werden die Spieler vorbereiten, dass ihnen das bewusst ist, dass sie dementsprechend auch vorbereitet sind auf diese Spieler. Und wir haben auch gute Spieler, die was machen können und ich bin überzeugt, dass wir das morgen auch zeigen werden. Das wäre genau das Falsche, wenn wir eigentlich so denken würden, also wir denken eigentlich anders, dass wir jedes Spiel für sich nehmen, dass wir nicht irgendwie noch vorne schauen, weil es ist nicht selbstverständlich, dass man ins Spiel gehen kann, jetzt gegen Oakland sagen kann, okay, wir werden die locker bezwingen, weil jeder Gegner, hält voll dagegen und Al-Ali kennt man auch und die wissen, dass man da auch gut spielen muss und das ist natürlich jetzt, Oakland ist vorbei und jetzt kommt Seattle und das ist das nächste wichtige Spiel oder das wichtigste jetzt aktuell, wir werden nicht nach vorne schauen, nur wirklich von Spiel zu Spiel. Wir hatten immer noch ein Matsch mit dem Matsch. Der Matsch war das Niemlich für die Behandlung war. Und wir haben auch eine Matsch gemacht. Es war nicht so großartig. Wir hatten es nicht im Matsch mit dem Matsch zu verwendet. Wir haben keinen Preis. Aber keine Behandlung von dem Matsch ist. Wir haben alle Fertigte der Niemlich und die Fertigte der Niemlichkelle Niemlich. Wir haben das vom Matsch gemacht. Wir haben das Matsch versucht, dass sie unter uns auf den Niemlich gefeiert haben. Aber wir hatten uns sehr gut für uns, die wir haben mit dem Mabarer gesucht. Wir haben uns von der ersten Mabarabe vorgenommen. Wir haben unsere Mabarabe gesehen. Wir haben es sehr wichtig. Ich habe immer noch eine Felssafie, weil ich auch das wichtig ist, die ich immer wieder in den nächsten Mal. Jetzt ist es eine große Bedeutung, die die Sieatel ist, und das ist eine große Bedeutung. Ich denke, es ist ein wichtiges Bedeutung. Und wenn ich mir das Bedeutung habe, der Bedeutung kommt, ist der Bedeutung, der Bedeutung ist.